Jetzt probieren wir mal mit Stativ. Ein provisorisches Stativ. Schön. Nee, 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 nee. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich die Kamera doch in die Hand nehmen. Ja, ist er ja der Vorsteher? Das ist der selbe von gestern oder was? Das sieht genauso aus wie der von gestern. Hier. Und dass da jetzt die E-Lok noch hinterher kommt. Geil, wenn wir mit der Kamera heranzoomen können, ist doch einmal. Und ja, Leute, ich habe kein Stativ. Es tut mir leid, das war nur ein provisorisches. Hier stehen nämlich ein paar Holzbalken. Der wechselt auf das andere Gleis rüber. Ich komme da noch einer entgegen, bevor wir abhauen. Das ist ja interessant, der wechselt auf Place 1. Tschüss.